Hallo, heute möchte ich euch mal noch einen kleinen Trick zeigen mit der HTC M8 Kamera App. Und zwar seht ihr, dass ich die Kamera App bereits geöffnet habe und unten links könnt ihr sehen, dass ich mich im HDR Modus befinde und dann sieht das aktuelle Bild dann so aus. Wenn ich jetzt mal im Vergleich dazu auf Auto gehe, sieht das dann so aus und HDR so. Wenn ich jetzt im HDR Modus ein Bild mache, das machen wir jetzt mal, dann habe ich ja ein High Dynamic Range Bild aufgenommen. Das setzt sich ja normalerweise aus mehreren Bildern zusammen. Es gibt aber einen kleinen Trick, um dieses Bild noch etwas zu verbessern und zwar suche ich mir den hellsten Punkt und das ist in diesem Fall hier hinter mir die Sonne und fokussiere darauf und locke auch gleichzeitig Autofokus und Belichtung. Ihr müsst darauf achten, dass trotzdem noch alles scharf ist. Das seht ihr ja jetzt an den Bäumen, die sind relativ scharf. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr das so lange wiederholen, bis es scharf ist. Und dann seht ihr, wenn ich mich umdrehe, sieht das schon ganz anders aus. Und ich nehme jetzt mal in diesem Zustand ein HDR auf. So, jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ihr könnt oben rechts schon erkennen, dass das Bild nicht so dunkel geworden ist, wie es hier auf dem Live View scheint. Dann schaue ich mir das jetzt mal an und sehe, das ist das Ergebnis und das ist das HDR, wenn ich direkt in die Richtung das Bild gemacht habe, ohne vorher in der Sonne zu fokussieren, also direkt in die Sonne, dann wirkt das alles relativ blass und wenn ich in die Sonne fokussiere, sieht das HDR direkt wesentlich besser aus. Ihr könnt das natürlich auch in den anderen Modis mehr oder weniger gut benutzen. Das ist so ein kleiner Trick, speziell jetzt für den HDR Modus, der funktioniert hier besonders gut. Ihr könnt auf diese Weise halt besonders gut Landschaftsaufnahmen aufnehmen, weil die, wenn ihr auf die Sonne fokussiert und den Fokus und die Belichtung sperrt und dann auf ein näheres Objekt geht, um es zu fotografieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das unscharf ist, natürlich sehr hoch. Aber bei Landschaftsbildern funktioniert das ganz gut, weil man ja dann sowieso in der Regel einen unbegrenzten, also einen unendlichen Fokus benötigt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Trick wieder etwas helfen, schönere Bilder zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.